Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. So ja, wir sollen hier noch mit Leuten sprechen, glaube ich, questbedingt. Das ist die Frage, ob ich die Leute hier noch finde. Ob sie tatsächlich... Ah ja, da vorne steht noch so ein Humblemann. Hallo Opi. Ja. Ja, ich dachte ich hätte jemanden in einen roten Kittel gesehen, aber die Sonne hat mich geblendert. Amoeble und Wax haben solche Kittel. Amoeble Scrumple ist vorhin durch die Stadt gelaufen, so aus als hätte es etwas im Maul gehabt. Okay, und mit Owain müssen wir noch quatschen. Da vorne ist sie. Owina, so. Ah, hallo. Ich habe eine Glocke in der Nähe des Tisches gehört. Hat geklungen wie die Glocke an der Tasche von Pax. Imolkin hat vorhin vor Laurens Haus gewartet. Bei Lauren abliefern. Okay. Das war jetzt hier rüber und da rüber und da hoch und nach Möglichkeit nicht ins Wasser plumpsen. So. Hallo Gnädigste. So. Ah. Hi Lauren. Natürlich habe ich deine Lamingtons genommen, wie du mir gesagt hast. Was? Oh. Hä? Was? Oh. Du hast gesagt, wenn du nicht zu Hause bist, soll ich sie einfach nehmen und zu Oma Mörtel bringen. Oh. Als ich vorbeikam, lief Pixie mit Pax Glocke davon und ich hatte keine Zeit dir zu sagen, dass ich die Lamingtons genommen habe. Hm. Oh. Das ist mir furchtbar peinlich. Danke, Amiibler. Und du, mein Freund, tut mir leid, dass die ganze mir umsonst war. Bitte nimm ein Biskuit als Dankeschön und hier mein geheimes Rezept. Gut. Abgeschlossen. Rollins verschwundene Lamingtons. War das jetzt gerade richtig? Okay. Äh, die Steinbrücke können wir noch nicht machen. Mir fehlt dazu eine Gilde. Die Schreinergilde möchte ich gern fertig machen. Die haben wir noch nicht fertig. Na, dafür muss ich noch was bauen, glaube ich. Geht da schon noch was? Oh, da fehlen mir schon wieder Materialien. Na, da geht wieder was. So. So, jetzt haben wir es reichen, oder? Jawohl, das reicht. Perfekt. Dann würde ich sagen, warte mal kurz, haben wir noch eine andere? Finde die vermisste Mannschaft. Das ist auch zum Abgeben. Die Brücke ist jetzt noch. Zu Mini müsste man dann auch noch gehen. Ähm, kann ich jetzt noch mal eine Niete herstellen beim Schneiderlein? Tatsächlich. Das müsste dann jetzt schon reichen, dass wir auch diese Aufgabe erfüllen können. Äh, zu Mini, dass die Gegenstände bringen, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, ich barte uns jetzt mal... Hä, wo sind die Reiseknoten da? So. Wieder zu unserem, äh, Bauernhof. Und gehen nacheinander die Leute hier besuchen, ne? So. Einmal ein bisschen pflegen. Ja, du. Ja, komm. Du, 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 du. Ah, das ist so süß. Dass er es auch so ist. Das ist so süß. So. Einmal ernten. So, 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 so. So. Na nü? Nein. So. Und so. Alles geerntet. Sehr gut. Und auch unser Groovell müssen wir ein bisschen pflegen. Na du? Äh, so jetzt. Nee. Gut, 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 gut. Ja, das ist so süß. Ah, das ist viel zu niedlich. Und was haben wir hier drin? Boah, da geht einiges ab. Wo nimmt er denn bitte das Holz her? Kein Wunder, dass meine Taschen immer voll sind. Farmarbeit entlassen? Mal sicher nicht. So. Bauen mit A. Da habe ich nochmal dieses Gartenbeet. Und das hätte ich aber schon gerne hier, ähm, mit ein bisschen Abstand, ich würde sagen so. Ähm, aber gedreht. Ja, ich glaube so könnte man das lassen oder solches lieber so. Ich glaube so ist besser. Und platzieren. Sehr gut. So. Jetzt können wir das anbauen. Ähm, aber ich muss aufpassen. Ich werde nur eines von diesen Sachen nehmen. Dann braucht man nämlich vielleicht sogar ein paar Blumen. Muss ich mal schauen, ob ich hier nicht ein Blumenbeet draus mache. Ähm, so. Kann man hier mehrere Arbeiter einstellen? Das ist nämlich auch so eine Frage. Ob das geht? Und? Gut. Ich wollte jetzt schauen, ob ich jetzt nicht noch... Ah, nein. Ich habe nur Gehege klein, ne? Was mache ich eigentlich mit dieser Hecke? Aha, die kann ich zur Verschönerung quasi nehmen oder wie? Okay. Und Futtertruck brauche ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es so, ne? Dann haben wir hier noch eine schöne Hecke. Ne? So, eine Hecke. Ne? So, eine Hecke. Ich glaube, das geht. Kann man hier so ein bisschen abgrenzen vielleicht. Dann baue ich vielleicht doch das Feld hier noch ein bisschen näher daran. Dann wird das, glaube ich, schon egal. So. Äh, wir haben Quests zum Abgeben. So. Ich würde sagen, wir machen uns gleich auf den Weg. Wir werden natürlich hier auch gleich die Erze mitnehmen, weil ich das gerade so schön leuchten sehe hier. Zack, zack, zack. So. Und suchen unseren Auftraggeber. Die gute Mini. Bin gespannt, was sie dann für uns noch hat. Lalalala. So. Äh, ja. Randale. Ja, sag einmal, wo ist denn die Gute? Ah, hier ist sie ja. Hallo, gnädigste. Äh. Ja. Danke für deine Hilfe. Bitte nimm diese Belohnung. Danke. Das waren Münzen vom alten Königreich, ne? Perfekt. Ja. Den Schreinermeister. Den müssen wir achten. Den muss ich jetzt auch noch ganz fix. Heureka. So. Der ist da oben irgendwo. Da oben drüben. Lauf ganz schnell. Lauf ganz schnell. Da oben ist noch eine Düsternis. Wie komme ich denn da hin? Komme ich irgendwie rauf? Oh. Da oben wäre eine Düsternis, habe ich gerade vorhin gesehen. Ich glaube, da komme ich irgendwie rauf. Da sieht man es auf der Karte ganz schön. Hallo. Tapsl, 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 Tapsl. Tapsl, Tapsl, Tapsl. Ich hoffe, wenn ich hier ganz oben bin. Ah, ich glaube, da musste man durch die Höhle hier durch, glaube ich, ne? Ganz nach oben. Und dann kommt man oben raus. Ah, wohl, das passt schon. So. Tapsl, Tapsl, Tapsl. Einmal Seite für uns. Lalalala. Lalalala. Und drauf. Tapsl, Tapsl, Tapsl. Da. Ein Pilz für uns. Und noch mehr Seite. Und noch ein Pilz. Und noch mehr Seite. Da. Und noch ein Pilz. Und noch mehr Seite. Ein Pilz und noch mehr Seite. Und noch ein Pilz. Juhu. So. Und noch ein Pilz. Ah ja, stimmt. Da war das hier. Lalalala. 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 So. Würde ich sagen. Wups. Noch ein Stückchen weiter rauf. Da ist noch mal noch ein Pilz. Und ich glaube noch ein Pilz. Halt. Nicht runterfallen. Ups. Uah. So. Ist gut. Mh. Da drüben. Da drüben. Da irgendwo soll noch eine Düsternis sein. Ich hoffe, dass wir genügend Geister haben. Dass wir die Düsternis bekämpfen können. Wik, wik. Da werden wir schadens Sämen gekriegen. Wik, 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 wik. So. Leider lauter Futter. Ah, hier haben wir eins. Sehr gut. Da ist ein zweiter. Und ein dritter sogar. Wow. Sehr, sehr gut. La 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 la. Hier vielleicht auch noch welchen. Bitte, bitte. Ein, ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, irgendwie bin ich jetzt, glaube ich, an der Düsternis vorbeigeschossen. Aha, die ist da weiter oben. Vielleicht kommen wir da irgendwie noch hin. Ähm, muss ich fast, weil, wenn Quest und so, ne? Da oben ist sie. Dann packen wir uns einen Hammer aus. Und Katze. Da ist sie. Hallo. Ja, ja, ja. Brafe Katze. So. Ein Kätzchen für uns. La la la. Na, da oben ist gar keine Düsternis. Ich habe mich gerade verguckt. Ah, ich möchte trotzdem hier lang gehen, weil da oben ist nämlich eine. Da möchte ich jetzt klubschen, wie ich da jetzt hinkomme. Herrschaftszeiten. Ich hoffe, das geht so. Dass ich da irgendwie rauf kann. Ja, es schaut, na, es schaut nicht machbar aus. Ah, hier haben wir da vier Erz. So, machen wir da ein bisschen eine auf Bergziege. Ne, ist ja wurscht. Ah, vielleicht geht's doch. Bei. Mit ein bisschen Glück. Ja, ja. Sehr gut. So, da haben wir genügend Geister. Ramm. Sehr gut. Und auch hier kann man was anpflanzen. So, fein. Was haben wir hier schönes? Topfschnitt. Gut, das denke ich gekauft habe. Und eine Steinplatte. Und Steinplatten. Zwei. Oder so. Steinplatten. Sehr, sehr gut. Ah, hier fährt der Weg gewesen. Habe ich gewusst. War mir sonnenklar. Ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Das ist aber eh nichts Neues. Da vorne ist eine sehr gute Stelle für eventuelle Seemlinge zu bekommen. Hier da. Einen haben wir schon. Sehr gut. Vielleicht ein zweiter. Sehr gut. So, wusch, wusch. Ein dritter. Hervorragend. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, da vielleicht noch einer versteckt. Jawohl, vier Seemlinge in diesem, in diesem Stück hier. Das ist super. So. Die nehmen wir gleich mit. Diese Blümchen hier stoßen wenig zu häufig. So, und eine Pike brauche ich jetzt. Zack, zack, zack. Sehr gut. Ui, da drüben wir auch eine Düsternis. Ich hoffe, da komme ich noch hin. Aber jetzt wäre mal wichtig, da ist noch ein Erz. Zack, 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 dass wir uns die Meister, das Meistersiegel, also das Gilden, das Gilden Meistersiegel abholen. Und jetzt habe ich es. Wahnsinn. Hallo. Oh. Oh. Gut gemacht. Du hast als Schreiner die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Aufgabe abgeschlossen. Schreiner, Gilden, Meister. Unterbrechen. Danke. So. Nächste Quest. Die Mannschaft, stimmt, das müsste ich auch noch abgeben. Und dann das mit der Steinbrücke. Ich glaube nicht, dass wir das schon bauen können irgendwie, oder? Da wird das mal Schreiner jetzt irgendwie blanken Holzbogen. Ja, da geht halt vieles mit Holz, ne? Ein hübscher Holzzaun geht auch. Wassertrock. Was haben wir hier? Blumenkisten. Holzpflanzkiste, wie schön. Da können wir wunderschöne Sachen machen. Aber ich würde sagen, den Konstrukteurin, die brauchen wir jetzt noch. Drei Berufe sind noch ausschlaggebend. Meisterin, wenn wir alle Gilden hier gemeistert haben. Schätze ich mal. Also die drei hier fehlen uns noch. Bastlerin, Konstrukteurin und Brauerin. Das heißt, es müssen noch mindestens drei Dörfer gehen für uns. Hier haben wir noch eine Quest. Ach, das bist du, genau. So, hü, hüpf. So, dann tun wir mal. Hier wäre noch eine Quest. Aha, Brücke bauen. Ein guter Platz für eine Steinbrücke. Sander Wind, Wildnis, Steinbrücke. Ja, neue Quest. Das Dumme ist halt nur, dass ich jetzt noch... Ui. Was sehen meine Äuglein? Kann ich darüber ohne zu sterben? Da ist ein Geist. Aha, ich fürchte, muss ich mit der Hauptmission weitermachen. Das könnte ich aber auch machen, ne? Das könnten wir ja auch mal machen. Wir sollen ja rüber gelangen. So. Stein nehmen wir auch mit. Das könnten wir tatsächlich machen. Da muss ich jetzt aber, glaube ich, mit der Fähre rüber, ne? Hallo. Alle an Bord. Jawohl. So, jetzt sind wir hier. Auf der anderen Seite. Tapsl, Tapsl, Tapsl. Boah, ha. Das hier ist wirklich alt. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Der Rucksack ist wieder voll. Es ist zum Heulen. Es ist echt zum Heulen. Der Rucksack ist voll. Ja. Dann machen wir halt das hier, ne? Ein bisschen Futter haben wir ja noch. So. Eiwarblume. Aha, hier können wir was anpflanzen. So. Und ne Truhe hätten wir auch. Sehr, sehr gut. Vielleicht finden wir hier zufälligerweise das, wonach wir suchen. Den Konstrukteur. Wahrscheinlich eher nicht. Wir werden es sehen. Da können wir auch einen Baum pflanzen. Da hinten glaube ich auch. So. Habe ich jetzt noch welche? Ja, vier Stück noch. Das ist gut. Die Blumen nehmen wir gleich mit. So, dann haben wir auch die Blümchen hier mit. Da können wir auch ein Bäumchen pflanzen. Boah, 27. Hier sind, hier ist wirklich ein Gebiet, wo wir am meisten brauchen. Aha, da vorne ist eine Düsternis. Mal schauen, ob wir die bekämpfen dürfen. Jawohl, perfekt. Tada. So, was haben wir denn hier Schönes? Dreimal dürft ihr raten. Ja. So. Immer noch voll. Kann ich hier, ähm, kann man hier, soll ich hier Sachen herstellen? Hm. So, vielleicht. Hm. So, vielleicht. So, ja, dann habe ich jetzt keine mehr. So, das müsste jetzt auch besser sein. Und eine Falle kann ich auch noch bauen. So, das müsste jetzt passen. Orangenes Shambon. Ich glaube, da war sogar noch eine Falle dabei. So, schön pflanzpflanz. Da ist, glaube ich, sogar eine Höhle. Zumindest schaut es danach aus. Ah, ich habe keine Sämlinge mehr. Okay. War hier gerade Erz? Nein, hat sie ausgeschaut. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Ich bin jetzt einfach mal in so eine Schlucht rein. Ich finde hier auch gerade überhaupt nichts Brauchbares. Hm. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wo uns das hier hinführt. Lol. Zu einer einzigen Blume. Alter. Das war zu tief. Ich wollte jetzt hochklettern, weil ich glaube, da war eine Blume. Irgendwo da hinten. Oder war das vielleicht eine optische Toll? Ah, eine Kiste sogar. Rotes Feuer. Aha. Gelbes Feuer. Okay. Dann laufen wir einfach mal weiter, ne? Okuna-Oase. Aha. Okay. Hallo. Da drüben wäre eine Düsternis. Was haben wir hier? Hi. Wer bist denn du? Achso, du Schwierer. Die Maggie. Dann würde ich sagen, hier müssen wir die Düsternis bekämpfen. Ja, bitte. Tada. Sehr schön. Ein Brunnen. Okay. Okay. Na gut, jetzt haben sie wenigstens vielleicht was zu trinken, ne? Ein Kastanienbaum. Wortwörtlich. Dann haben wir hier noch einen Haufen Düsternis. Schauen wir mal, was wir... Also, ob wir sie hier bekämpfen können. Ja, gerade so. Gerade so, wenn man bedenkt, ne? Ein Katzi. Hallo, Sandpfötchen. Ja, ja, du bist süß. Du bist süß. Das wissen wir. Das wissen wir. Was ist das für ein Sämling? Ich glaube, eine Blaubeere, ne? Ja. Dafür wird es wahrscheinlich zu groß sein, ha? Ja, das könnte noch zu groß sein. Ich versuche es mal auf der anderen Seite. Ob ich hier raufkomme. Weil da war nämlich auch noch eine Ruhe. Oder wir müssen klettern. Das könnte auch sein. Aber hier schaut es okay aus. Ja. Hier schaut es gut aus. Vielleicht kann ich auch hier versuchen, die Düsternis zu bekämpfen. Schauen wir mal. Aha, eine Quest wäre hier. Wie viel braucht man? Oh, das geht. Ding. Okay. Okay. Was können wir hier bauen? Du kannst den Glanzhof bauen. Lianen fehlen dafür. Okay. Okay. Lianen fehlen. Das wäre vielleicht das geringere Übel. Aber wir haben hier dann einen zweiten Bauernhof. Hm. Vielleicht habe ich Glück und wir können im Dorf... ...die entdeckt. Fenlikorn. Ja, hallo. Was bist denn du? Oh mein Gott. Das ist niedlich. Hallo. Jetzt rennt es weg. Der ist ja süß. Oh mein Gott. Das ist so alles süß. Es ist wurscht, wo es hingeht. Das ist alles süß. So. Auch hier machen wir die Düsternis kaputt. Und holen uns unsere Truhe. Sonnenbrille. Ja, ich würde sagen... ...wir sind am Strand. Ich... Na, wegwerfen will ich es nicht. Ich will sie anziehen. So. Ja. Cool. Oh yeah. So muss das ausschauen. So. Zack. 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 Sehr, sehr Fisch. Sehr, sehr Fisch. Aha, da geht es eh nicht weiter. Okay. Dann drehen wir halt wieder um. Aber das ist cool, dass es hier dann noch bald einen Bauernhof geben wird für uns, weil... Dann können wir uns bestimmt hierher teleportieren jedes Mal. Das ist mehr als hilfreich. Ah, hier ist ein Händler. Hallo. Du hast dich zufällig, exotische Lian. Aber Münzen vom alten Königreich, da nehmen wir alle mit. So, Zwirn, glaube ich, können wir mal alles verkaufen. Den hier können wir einmal verkaufen. Was hätte man noch? Ah ja, die Pommes können wir verkaufen. Was würde denn noch gehen? Was würde denn noch gehen? Mehl könnte man verkaufen. Zumindest 10. Aha, sind wir gleich soweit. Dauert nicht mehr lange. Haben wir gleich alles, was wir brauchen. Milch können wir auch verkaufen. Jetzt muss ich schon bald mitrechnen. Zehn sind, glaube ich, schon zu viel. Nehmen wir mal 5. Aha. Jetzt brauchen wir noch 89, ne? Da können wir... Ja, das ist ein Blödsinn. Bis ich da drunten bin mit 1 ist blöd. Schneider-Set. Aber Essen ist hier in der Wüste tatsächlich viel, sehr viel wert. Warme Milch einmal müsste klappen. Und dann noch zum Beispiel ein einziges... Hier. Nein, das ist ein Blödsinn. Haben wir da irgendwo... Einen Stein? Muss ich auch soweit runterzählen. Egal. Ein Stück brauche ich nur. So. Passt. Ja, bitte. Sehr gut. Aber hatte jetzt, glaube ich, keine Liane dabei, ne? Nein. Jo. Ähm. Finde ich den Weg hierher wieder? Das ist die Frage. Ohne eine Quest zu haben. Ich sollte vielleicht mal auf der Karte schauen. Gibt es hier eine große Karte? Oder nur die kleine? Nur die kleine, ne? Naja, ich bin ja eigentlich nur am Strand lang gelaufen. Streng gesehen. Und bin dann hier quasi über die Schlucht gelandet. Mehr haben wir ja gar nicht gemacht. Das kann ich kaputt machen? Okay. Ui. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Rum zu rennen und die Häuser von Leuten kaputt zu machen, ist eher unfein. Sure, heißt der kleine. Der Sack auf deinem Rücken hat die perfekte Größe für meinen Geist. Du wirst ihn doch nicht so bald kaputt machen, oder? Oh, wir haben sein Haus zerstört. Wie gemein. Das war jetzt echt gemein. Das ist ein Zeichen, wenn hier an dieser Stelle der Baum lauter ist, als es sein müsste. Das ist ein Zeichen, wenn hier an dieser Stelle der Baum lauter ist. Na? Hallo? Hm. Gib mir fünf Fisch und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Ich habe nicht fünf Fisch. Ich muss noch angeln für das. Dann machen wir das doch schnell, oder? Dann entbeenden wir den Part. Komm her, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Jawohl. Komm zu Mama. Ist wurscht. So, und dann. Gib mir fünf Fisch und du kriegst was Tolles. Eins, drei und eins ist fünf. Nur eine, wenn du denkst. Eine alte Münze. Boah. Dann müssten wir mal zwölftausend, zwölftausend, äh, Fische machen. Okay. Wir teleportieren uns jetzt mal zurück. Ich brauche Lianen. Da habe ich leider, da war ich viel zu verschwenderisch. Die sammeln wir jetzt mal und dann versuchen wir später wieder hierher zu kommen. Ne? Na gut, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Was haben wir hier drin? Das ist unser Lager, ne? Eigentlich. Ja. Das war's, ihr Lieben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Geht das nicht? Doch. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.